So, guten Morgen miteinander. Es ist Mitte April durch. Regenbogenfröhen ist wieder offen. Man sieht zum Herzen, die Natur ist am Erwachen. Es wird schon wieder alles grüner. Ich bin heute unterwegs an meinem Hausgewässer und schaue mal, ob ich ein paar Regenbogen oder auch die ein oder andere Barbe überlisten kann. Ich bin unterwegs mit der Fünferrouten-Indicator mit Nymphen und habe auch noch die Streamerrouten dabei. Schauen wir mal, ob wir es brauchen können. Wasser ist leicht abgestaubt, was gut ist. Also nicht glasklar. Und jetzt schauen wir einfach mal, was uns der Tag so schenkt. Naja. Kein schlechter Anfang für den Tag, was. Das geht's ja nicht. Was für ein geiler Tag. Noch nicht einmal neun und schon den zweiten Stock. Geil. Nicht gut. Das lässt hoffen. Aha. Aha. Das schaut mich schwer nach Baben an. Ich muss ein bisschen aufpassen, ich habe eine 14er Tippe dran. Und klar, so direkt klar scheint die jetzt nicht zu sein. Jetzt haben wir gar die Position. Da ist er. 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 Schnee in den Radln. Naja, ist kein schlechter Fisch, würde ich jetzt mal sagen. Ja, ist kein schlechter Fisch, würde ich sagen. Dann machst du die Eierschacht drauf und dann weißt du ganz genau, das sind Lüngfische Die Eierschacht drauf und dann kommt die Eierschacht drauf und dann kommt die Eierschacht drauf. 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 Da haben wir auf jeden Fall einen Fisch, der mit der Strömung spielen kann. Und dann kommt die Eierschacht drauf. Eierschacht drauf. Ein Schlag. Okay. Aha. Oh, jetzt sind wir mitgerechnet. Und dann kommt die Eierschacht drauf. Und dann kommt die Eierschacht drauf. So, Schluss für heute. Es gibt keinen schönen Platz, um den Tag zu beenden. Anstatt jetzt einen Versuch, krampfhaft einen Fisch zu empfangen. Es ist zwar noch relativ früh, aber ich höre jetzt auf. Nachdem das Wasser aufgeschossen ist, ist relativ wenig da. Ja. Da müssen sie wohl irgendwo eine Wehe aufgemacht haben. Und der Abfluss ist um gut fünf bis sechs Kubik pro Sekunde mehr geworden. Das Wasser ist mehr als angestaubt. Also man kann fast sagen, leicht trüb. Es war ein super Tag. Vier verschiedene Spezies gefangen. Baben, Regenbogenfrauen, Bachfrauen, Eschen. Also, einen schönen Tag in der Natur, am Wasser, mit ein paar Fisch. Kann ich mir nicht vorstellen. So kann die Saison losgehen auf Regenbogen. Und ich freue mich auf viel, viel weitere Tage. Dieses Jahr am Wasser. Und ich verspreche euch, ich nehme euch so oft wie es geht mit. Tschau. Servus.